Und heute geht es um Cyberkrieg, Ukraine, Russland und das Internet. Und damit hallo und herzlich willkommen zur Folge 70 der Online-Geister aus unserem Studio im wunderschönen Halle an der Saale. Und wir kommen auch gleich zum Thema. Online-Geister, Thema der Sendung. Ja, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine ist ja seit Donnerstag, dem 24. Februar 2022, eigentlich die Schlagzeit schlechthin. Und für uns halt eben auch der Auslöse unserer heutigen Sendung. Denn ursprünglich wollten wir uns ja eigentlich mit Social Media im asiatischen Raum auseinandersetzen. Aber einfach aufgrund der sich ja auch stets und ständig ändernden aktuellen Situationen haben wir aber trotzdem gesagt, wir möchten dieses Thema einfach mal in den Fokus drücken. Genau, dazu der aktuell finde ich wichtige Hinweis, dass wir die Sendung aus demienlichen Gründen am 10. März aufzeichnen. Also bis zur Ausstrahlung sind es noch zwei Wochen. In den zwei Wochen kann noch sehr viel passieren, gerade in der aktuellen Situation. Deswegen können wir auch nur einen allgemeinen Überblick geben, wollen gar nicht so spezifisch auf die Situation eingehen und einfach nur direkt als Anlassnehmer darüber zu sprechen. Genau, und der Krieg in der Ukraine ist auch wirklich für uns der Starter, denn unser übergeordnetes Thema ist eben Cyberkrieg. Und der findet halt eben in der Ukraine gerade seine ja erst großflächige Anwendung, aber ist dennoch eigentlich schon seit Jahren ein aktuelles Thema. Und auf diese Hintergründe möchten wir einfach mal ein bisschen mit eingehen. Aber vielleicht erst mal zum, ja worum geht es überhaupt? Also der Krieg findet heutzutage auch im Internet statt. Die virtuellen Welten, in denen wir uns so tagtäglich bewegen, sei es bei Social Media, sei es bei anderen Plattformen, über die wir auch bei Online-Gassen regelmäßig berichten, da findet natürlich auch menschliche Interaktion statt und natürlich auch menschlicher Konflikt. Genau, das habt ihr auch sicherlich alle mitbekommen. Also man konnte mir eigentlich nicht entgehen in den letzten Wochen. Und auch wenn die Ukraine ein anderes Land ist, betrifft uns dieser Konflikt hier in Deutschland dennoch, weil wir einfach mindestens Teil einer großen weltweiten Gemeinschaft sind, unter anderem halt eben auch in den virtuellen Welten. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das BSI, meldet, Zitat, Sicherheitsvorfälle mit eingehen, welch das BSI da meint. Und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ist quasi so die höchste deutsche Behörde, die sich mit eben der Sicherheit im Internet auseinandersetzt. Und gleichzeitig gab es nämlich auch mit Datum heute einen Sonderlagebericht des BSI, Zitat, im Zusammenhang mit der russischen Invasion der Ukraine könnte es schon bald zu Hackerangriffen auf deutsche Ziele kommen. Also es ist eine, ja zumindest halbwegs warme Bedrohungssituation. Also man erkennt die Gefahr an, dass es halt eben einfach durch diesen Konflikt, der ja auch in der Ukraine wirklich sehr, sehr heiß ausgetragen wird, sowohl im realweltlichen, da gibt es ja viele, viele Meldungen in Tagesmedien, wie natürlich auch im virtuellen, auf die Details würden wir auch gleich nochmal mit eingehen, aber einfach nur als ein Beispiel, die sehr bekannte Hackergruppe Anonymous hat jetzt den Krieg gegen Russland erklärt auf Seiten der Ukraine. Und genauso gibt es auch von den jeweiligen Staaten und von sehr vielen Staaten auf der Welt geförderte Hackergruppen, die jetzt mal mehr, mal weniger direkt mit den Regierungen und mit den entsprechenden Verwaltungen zu tun haben und die halt eben auch im Namen oder auch mal nicht im Namen, das ist halt alles an vielen Stellen sehr, sehr nebulös, halt Hackerangriffe führen auf andere Länder. Also ein Konflikt, der eigentlich schon die gesamte Zeit ausgetragen wird und da berichtet unter anderem auch der deutsche Bundesverfassungsschutz. In einem Kommuniqué an deutsche Unternehmen, das hat unter anderem auch mein Unternehmen, der sie im Namen mitbekommen, Zitat, aufgrund erneuter aktueller Angriffe von Ghostwriter, Anmerkung unsererseits, das ist eine mutmaßlich vom russischen Geheimdienst gesteuerte Hackergruppe, im März 2022 gegen Personen in Deutschland ist besondere Vorsicht geboten. Und im Zuge des Krieges in der Ukraine ist neben den militärischen Auseinandersetzungen auf ukrainischem Staatsgebiet auch im Cyberraum eine zunehmende Eskalation zu verzeichnen. Es besteht ein erhöhtes Risiko von Cyberangriffen gegen deutsche Stellen, insbesondere in Reaktion auf die jüngsten Sanktionen und militärischen Unterstützungszusagen. Da konnte ich auch schon recherchieren. Das waren jetzt beides Zitate vom Bundesverfassungsschutz gewesen, kann man auf der Webseite von denen auch finden. Das verlinken wir euch auch also in den Shownotes. Und ich habe im Zuge meiner Recherche auch festgestellt, dass aktuell bereits Phishing-Angriffe, also Spam-Vorsuche, einfach gezielt auf T-Online-Konten gefahren werden. Also wer eine T-Online-E-Mail-Adresse hat, bitte als Warnung unsererseits, es kann sein, dass ihr von irgendwelchen Leuten zu irgendwas aufgefordert werdet, sei es, dass ihr irgendwas spenden sollt, dass ihr irgendwas unterstützen sollt oder was auch immer. Und das ist halt schon so ein erster Hinweis, dass es halt eben auch zu so einem sogenannten Cyberkrieg kommt, denn dieser Begriff ist halt einer, der halt häufig in dieser gesamten Berichterstattung eben mit auftaucht. Ja, und deswegen wollen wir zuerst einmal auch klären, wer wie was, was ist eigentlich überhaupt ein Cyberkrieg, was versteht man unter einem Cyberraum, wie macht man Cyberabwehr? Genau, generell erstmal Cyber kann ich auch als alter Sci-Fi-Fan sagen, ist ein Begriff, den ich jetzt bis das ein größeres Thema wurde, vor ein paar Jahren übrigens schon. Dieser gesamte Cyberkrieg, Cyberwar-Bereich, war das eigentlich ein Begriff, den ich vor allem mit Cyberspace verbunden habe. Und das ist ein Begriff, den ich vor allem aus Science-Fiction-Literatur der 80er Jahre kenne. Ja, ich denke da auch immer zuerst an Science-Fiction-Filme, Science-Fiction-Literatur. Cyber klingt modern und krass und ja, Cyberpunk kennt man als Genre. Genau, ein recht bekannter Vertreter wäre zum Beispiel Blade Runner, der in diese Richtung mitgeht. Aber das ist halt eben ein literarisches Genre. Aber wie kommt dieser Begriff halt eben in die reale Welt? Man merkt auch schon so ein bisschen, dieser Begriff vom Cyberkrieg oder Cyberraum, Cyberabwehr, Cyberspace, alle diese Begriffe, über die wir jetzt geredet haben und auch noch reden werden, tragen ja Cyber im Namen. Das kommt generell erstmal von diesem englischen Begriff Cyberspace, was übersetzt so viel wie kybernetischer Raum bedeutet und eigentlich in neun von zehn Fällen identisch ist mit dem Internet. Heute gibt es aber auch den Begriff des Metaverse oder Metaversums. Mit dem Begriff setzen wir uns in einer der nächsten Sendungen auch nochmal auseinanders und der beschreibt durchaus Ähnliches. Generell sind aber einfach virtuelle Räume, das Internet mehr oder weniger gemeint. Also nichts physisch Greifbares, aber etwas, wo man trotzdem unterwegs sein kann, Informationen austauschen kann etc. Genau und der Begriff Cyberkrieg, einfach in der kurzen Variante, die hat der Duden bereits definiert als Zitat Hochtechnisierte Mittel der Informationstechnik nutzende Form der modernen Kriegsführung. Auch cyberkriminelle Handlungen, die sich gegen Staaten oder Ähnliches richten. Also eben Technik, Unterstützung, Angriffe. Genau, auf heise.de hat Jürgen Schmidt geschrieben, der Begriff Cyberwar ist nicht wirklich fest definiert. Vor allem Medien fassen darunter gerne alle staatlich gesteuerten Angriffsaktivitäten, die irgendwie cybern, also das Internet benutzen. Ich fand den Ausdruck auch wunderschön, die irgendwie cybern, was damit halt auch eine sehr, sehr schöne Zusammenfassung bietet. Denn ich habe auch bei der Uni Kiel ein weiteres Zitat gefunden. Die Idee vom Cyberkrieg wurde bereits seit den späten 1980er Jahren im Militärkreis und der Wissenschaft diskutiert. Also haben wir mit unserem Sci-Fi-Vergleich gar nicht so falsch gelegen. Ja und das Internet ist ja ursprünglich im militärischen Kontext entstanden. Genau. Und in dem Kontext gibt es halt eben auch den Begriff des Cyberraums und der Cyberabwehr. Das sind beides übrigens Begriffe, die von der Bundeswehr beziehungsweise dem Verfassungsschutz gebraucht werden. Also auch eher einen militärischen oder geheimdienstlichen Kontext haben. Also wenn wir zum Beispiel sagen, ich bin im Internet unterwegs, würde ein Soldat sagen, ich bin im Cyberraum unterwegs. Also der Verfassungsschutz beschreibt Cyberabwehr. Cyberangriffe stellen eine Bedrohung für Politik, Wirtschaft, Wissenschaft sowie kritische Infrastrukturen dar. Die Cyberabwehr hat die Aufgabe, solche Cyberangriffe zu erkennen, sie einem staatlichen Akteur zuzuordnen, sowie gefährdete Stellen zu sensibilisieren. Also bei der Cyberabwehr geht es halt eben um die Verteidigung des eigenen Landes. Das ist natürlich jetzt aus Sicht eines Geheimdienstes geschrieben. Also die Verteidigung des eigenen Landes eben im Internet. Also aus Sicht des Verfassungsschutzes wird Deutschland nicht mehr am Hindukusch, sondern halt im Internet verteidigt. In der kurz-knappen Zusammenfassung. Kann man so sagen, ja. Und da man jetzt halt eben Internet zu allgemein gebräuchlich verwendet, gibt es halt eben noch diesen Begriff des Cyberraums. Und da wird in der Cybersicherheitsstrategie des Bundes, die ist von 2016, es wie folgt definiert, Zitat, virtueller Raum aller weltweit auf Datenebene vernetzten beziehungsweise vernetzbaren informationstechnischen Systeme. Dem Cyberraum liegt als öffentlich zugängliches Verbindungsnetz das Internet zugrunde, welches durch beliebige andere Datennetze erweitert werden kann. Also sehr viele große Worte, die eigentlich nur beschreiben, ist es das Internet, worüber halt diese Angriffe erfolgen, oder halt eben Netze, die mit dem Internet verbunden sind. Das World Wide Web, wie wir es kennen, ist ja eigentlich nur ein Teil des ganz großen Internets. Und das hatten wir auch schon bei uns in der Sendung, dass vor einigen, ich glaube vor ein, zwei Jahren war das gewesen, Russland ja zum Beispiel angekündigt hatte, dass es ein eigenes, separiertes Internet, das sogenannte Runet, starten möchte. Das ist nicht mehr World Wide. Genau, oder zumindest potenziell nicht mehr World Wide. Denn das gibt es in China zum Beispiel schon, das wird auch gerne in Fachkreisen als das größte Intranet der Welt bezeichnet, weil halt eben alles, was rausgeht, zensiert wird. Alles, was reingeht, zensiert wird. Also es wird einfach kontrolliert. Es ist also nicht frei zugänglich. Das ist auch durchaus ein Datennetz. Und das ist halt einfach nur im militärischen Sprachgebrauch der sogenannte Cyberraum. Also am Ende, die kochen auch bloß mit Wasser, haben einfach nur ein paar andere Begriffe für die Dinge erfunden. Muss genau definiert werden. Jetzt haben wir geklärt, was daran zu verstehen ist. Aber bevor wir dahin gehen, erstmal ein Lied, das leider nichts an Aktualität verloren hat. War, what is it good for? Absolutely nothing. Von Edwin Starr. Und damit sind wir jetzt zurück in unserem Thema, nämlich der Cyberkrieg. Und die Ukraine ist momentan ein Schlachtfeld an vielen Orten, aber leider im digitalen Raum nur das erste Schlachtfeld in einem langen Kriegszustand, der sich halt eben als Cyberkrieg oder englisch Cyberwarfare, also die digitale Kriegsführung, bezeichnet. Und Cyberkrieg, Cyberangriffe, Hackerangriffe, wie auch immer man das kennen möchte, es hat viele Namen, sind nur die aktuellste Form der viel zitierten Weiterführung von Politik mit anderen Mitteln. Und da möchte ich im Vorfeld, bevor wir jetzt auf verschiedene Beispiele eingehen, die einfach im gesamten großen Kontext teilweise mit dem Konflikt in der Ukraine zu tun haben, teilweise komplett isoliert sind, damit nichts zu tun haben, aber alle sich so in diesem großen Kontext von Cyberkrieg und Cyberkrieg und Cyberterrorismus, Cyberangriffen etc. einbetten lassen. Ich möchte noch kurz auf diesen Unterschied einfach eingehen. Wenn ein Hacker, der nicht von staatlichen Stellen unterstützt ist, etwas tut, ist es was anderes, als wenn er eben vom Staat unterstützt wird. Da gibt es ein bekanntes historisches Beispiel, das ist Sir Francis Drake. Der war einfach nur ein Pirat gewesen zu seiner Zeit, also hat einfach nur Kriminelles getan, Schiffe überfallen, Menschen umgebracht und so weiter. Also das, was halt ja heute gerne im Piratenfilm auch glorifiziert wird. Und er wurde aber halt eben von Königin Elisabeth von England mit einem Freibrief ausgestattet. Das heißt, der Staat England, das Land England, hat ihn unterstützt in dem, was er tut. Er hat einfach nur praktisch das weitergemacht, was er vorher gemacht hat, nur halt mit staatlicher Unterstützung. Und er hat eben keine englischen Schiffe angegriffen, sondern nur die von feindlichen Nationen. Und war damit ein Freibeuter. Genau, und nach derselben Logik funktioniert es heute mit Hackergruppen. Es gibt welche, die sind dann von der Logik her einfach nur Kriminelle, die halt eben Hacks durchführen für zum Beispiel Erpressungen und so weiter. Und dann gibt es halt andere Hackergruppen, die eben staatlich unterstützt sind. In neun von zehn Fällen übernehmen Staaten auch niemals die Verantwortung für Hackergruppen. Die sagen dann auch, wir haben die nicht unterstützt. Das ist dann irgendeine zum Beispiel regierungsnahe Stiftung gewesen oder vergleichbares. Also wir befinden uns auch hier in einer sehr nebulösen Situation, dass es jetzt keinen offenen Krieg gibt. Dass es vergleichbar ist wie eben damals mit dem Kalten Krieg im 20. Jahrhundert, nur halt jetzt eben mit der Weiterführung in virtueller Form. Also ich glaube, das erste Beispiel greift das schon ziemlich gut auf. Da gab es nämlich in Nordrhein-Westfalen einen Hackerangriff auf Satelliten. Das war Ende Februar, Anfang März rum. Satelliten, die die Steuerung von Windkraftanlagen, die Strom in Höhe von 11 Gigawatt produziert haben, wurde komplett lahmgelegt. Der Grund könnte Angriff russischer Hacker sein, das mutmaßt ein Mitglied des Europaparlaments. Genau. Offizielle Behörden haben das weder bestätigt noch verneint. Insofern haben wir hier auch schon wieder so das übliche Problem, dass es halt eben sehr, sehr viel sich im Dunkeln befindet bei solchen Hackerangriffen. Es kann vielleicht eine staatlich kontrollierte Sache sein, muss nicht. Es ist halt sehr, sehr viel, ja, wie in einem Agentenfilm sehr, sehr viel, was im Schatten, im Halbschatten passiert. Und was weniger im Halbschatten ist, sondern etwas bekannter sind natürlich auch Hacks von staatlichen Stellen. Als ein Beispiel, da hatten wir im letzten Jahr häufig mal darüber berichtet, das war die Pegasus-Spionagesoftware von der NSA Group, äh, NSO Group hergestellt. Und die wurde für sehr, sehr viele Spionage-Methoden verwendet, unter anderem auch, um den saudi-arabischen Journalisten Khashoggi auszuspionieren und dann später leider auch zu töten. Also der wurde ja in der saudi-arabischen Botschaft in der Türkei ermordet und zerstückelt. Und diese Pegasus-Software wurde halt eben im Vorfeld genutzt, um ihn auszuspionieren. Und gleiches oder vergleichbares zumindest, hat jetzt die IT-Sicherheitsfirma Simentech herausgefunden. Die haben nämlich gemeldet, dass eine ausgesprochen raffinierte Schad-Software, namens ja DAXN, DAXN oder DAXIN, entdeckt wurde. Damit hat China, ähm, ja, Regierungen ausspioniert. Genau, oder soll ausspioniert haben. Denn die chinesische Regierung, beziehungsweise die kommunistische Partei, hat das natürlich nicht offiziell zugegeben. Und was aber bekannt ist, dass diese Hacker jahrelang tief in vermeintlich gut geschützte, kritische Infrastruktur eindrungen sind. Das berichtet die NZZ. Und gleiche, auf gleicher Ebene übrigens, gab es auch einen Angriff Chinas auf das Land Taiwan. Und es wird vermutet, in diesem Kontext, dass eine ja mit der chinesischen Regierung verbundene Hackergruppe, also auch schon wieder eine sehr vage Formulierung, aber das hat eben diese Hackergruppe, das weiß man wiederum, einen monatelangen Angriff auf den taiwanesischen Finanzsektor durchgeführt hat. Ja, und zwar indem sie doch eine Schwachstelle in einer Sicherheitssoftware ausnutzen, die von etwa 80 Prozent aller lokalen Fernunternehmen verwendet wird. Also mit anderen Worten, dieser auf jeden Fall aus China kommende Hackerangriff hätte theoretisch, also er hat auf jeden Fall das taiwanesische Finanzsystem nicht lahmgelegt, aber durchaus ein bisschen leiden lassen. Also es gab immer noch Sicherungsmechanismen. Das ist ja auch immer so ein Wettrüsten zwischen den Angreifern und den Verteidigern. Und das ist aber auch einfach so ein klassisches Beispiel, was halt so in Ländern weltweit passiert, gerade auch in solchen Konstellationen wie zum Beispiel Russland-Ukraine und China-Taiwan ist ja ein ähnliches Verhältnis von Ländern, die andere Länder am liebsten halt einverleiben möchten. Ja, ich finde aber auch, man sieht da an dem Beispiel sehr gut, dass die Auswirkungen nicht immer unbedingt greifbar sind. Ja, aber monatelang Hackerangriff auf eine Schwachstelle im Finanzsektor, was genau ist da jetzt eigentlich passiert, was für greifbare Auswirkungen hatte das? Das wird dann viel deutlicher und auch tragischer bei einem Hackerangriff, wenn wir nach Deutschland gucken, 2020 im September gab es einen Hackerangriff mit Todesfolge auf die Uniklinik in Düsseldorf. Denn eine Sicherheitslücke des US-Anbieters Citrix wurde ausgenutzt, um halt die Uniklinik Düsseldorf lahmzulegen. Infolgedessen konnte halt eben eine Notfallpatientin nicht angenommen werden am Uniklinikum, musste in ein anderes Krankenhaus verlegt werden, weil man ihr an der Uniklinik schlicht nicht helfen konnte aufgrund des Hackerangriffs. Und auf dem Weg zum nächsten Krankenhaus ist sie dann gestorben. Und gegen die Hacker wird gerade wegen Falleskertötung ermittelt. Ja, und das war für mich damals auch, als ich das gelesen hatte, so der Wendepunkt einfach. Vorher, klar, gab es auch schon Cyberangriffe und man kann auch im weitesten Sinne von Cyberkrieg sprechen, gerade die Esten. Also Estland ist ja mit das am stärksten digitalisierte Land in Europa und der Welt. Und die hatten schon in den 2000ern häufiger Angriffe gehabt, sei das zu Wahlterminen, sei das in sonstigen Situationen. Die kamen auch häufig aus Russland, ob das immer mit der russischen Regierung zusammenhängt. Ja, kann man nicht nachweisen. Aber da hat Estland leidliche Erfahrungen machen müssen an der Stelle, aber haben natürlich auch im Laufe der Jahre nachbessern können bei vielen. Aber das war halt immer so in Anführungsstrichen unangenehme Situation. Das war also auch die meisten Cyberangriffe, die so passieren, das ist dann für Erpressung, das ist, um Webseiten lahmzulegen oder irgendwie zu vandalisieren. Aber hier hat es wirklich Tote zur Folge gehabt. Und auch eben in Deutschland, nicht irgendwo auf der Welt, bei uns im Land. Ja, noch näher dran und noch jüngeres Beispiel aus dem Juli 2021. Dort wurde der erste Cyber-Katastrophenfall in Deutschland ausgerufen, als unbekannte Hacker die IT-Infrastruktur des Landkreises Anhalt-Bitterfeld hier in Sachsen-Anhalt angegriffen und mehrere Wochen vollständig lahmgelegt haben. Genau gesagt, für mehrere Monate. Der Landrat von Anhalt-Bitterfeld hat erst im Februar offiziell den Katastrophenzustand aufgehoben. Und ich hatte witzigerweise jetzt erst dieser Tage in einer Cloud-Weiterbildung, die ich geleitet hatte, einen Teilnehmer, der für den Landkreis gearbeitet hatte, jetzt Renten ist, und im Zuge von diesem Cyber-Katastrophenfall gefragt wurde, ob er nicht wieder in den Landkreis zurückkommen könne, um weiterzuarbeiten, weil man halt eben gerade das Personal braucht. Denn dieser Cyber-Katastrophenfall, der wurde nicht einfach so ausgerufen aus Jüks und Tollerei, sondern weil wirklich... Katastrophenfälle sowieso nie. Ja, also das ist wirklich auch ein Katastrophenfall, nur halt eben im virtuellen Kontext gewesen, weil vielleicht nicht die normale Infrastruktur, Straßen und vergleichbares Alarm gelegt worden sind, aber halt eben die komplette Verwaltung. Also bis heute funktioniert die Verwaltung im Landkreis noch nicht wieder richtig. Und das bedeutet, dass Ausweise nicht ausgestellt werden können, Reisepässe, Sozialhilfen werden nicht ausgezahlt. Genau. Also die tagtäglichen Arbeiten, die ein Landkreis halt eben umsetzen muss. Leute dürfen nicht heiraten, Leute dürfen nicht adoptiert werden. Und vergleichbar ist das. Hat natürlich auch jetzt keine direkt vielleicht Toten zur Folge, aber kann halt auch natürlich die Verwaltung beeinträchtigen und kann dann halt auch zu sehr, sehr vielen Problemen führen. Das betrifft auf jeden Fall sehr viele Menschenleben, wenn ich mir nur vorstelle, dass Sozialhilfen nicht mehr ausgezahlt werden können. Was machst du dann? Renten genauso. Renten. Also alles, worum sich die Landkreise kümmern. Das ist nicht wenig. Da hängen Existenzen dran. Ja. Und wie gesagt, du lebst ja weiter. Also man muss jetzt auch wirklich im Großen und Ganzen vergleichen. Es ist jetzt natürlich auch, es ist nicht angenehm an der Stelle. Es ist natürlich nochmal was anderes, wenn dann wirklich in direkter Folge von sowas jemand stirbt. Aber so oder so, damit kannst du auch ein Land, eine Gesellschaft zermürben und zerstören, indem sowas regelmäßig passiert. Also wir merken anhand von diesen Beispielen, dass es auf jeden Fall einfach was man ernst nehmen muss und fragen uns natürlich, okay, was können wir jetzt vielleicht weniger, aber was kann allgemein getan werden, um sich davor zu schützen, um da präventiv vorzugehen, Cyberabwehr. Oder für den neutralsten Begriff an der Stelle, die sogenannte Cybersicherheit oder auch Datensicherheit. Darüber haben wir auch schon aufgesprochen. Genau. Also häufig haben wir zum Thema Datenschutz uns geäußert. Und der Datenschutz ist einfach nur die Theorie Datensicherheit oder Cybersicherheit, Cybersecurity, auch wieder verschiedene Worte, vor allem dasselbe Ding. Das ist eben die Praxis. Also nur für klassisches Beispiel, was ich denn immer gerne nenne, fragt ein Theoretiker, wie kann ich mein Haus für Einbruch schützen? Der wird sagen, ja, wieso, musst du doch nicht einbrechen, ist illegal. Was würde ein Praktiker sagen? Machen Schloss dran, Alarmanlage, fester Zaun. Genau, und Datensicherheit oder Cybersicherheit ist eben die praktische Umsetzung. Also in der Theorie, in Gesetzen, in Regelwerken kann es noch so sicher sein. Alles, wenn es aber in der Praxis nicht geschützt ist, bringt es auch recht wenig. Und die Cybersicherheit möchte sich halt eben diesem Praxisthema widmen. Und da gibt es verschiedene kompetente Ansprechpartner, die ich einfach mal hier in den Raum stellen möchte. Das ist einmal im politischen Rahmen, zum Beispiel auf Bundesebene, das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Quasi eben unsere höchste Behörde, wenn es um Sicherheit im Internet geht. Dann gibt es seitens der Bundeswehr das Kommando Cyber- und Informationsraum. Das ist natürlich eher ein militärischer Bereich. Ja, klingt auch schon so. Genau, da werde ich jetzt nicht als normaler Bundesbürger wahrscheinlich großartig was machen können. Aber die sind halt eben für die militärische Verteidigung im Internet zuständig. Da gibt es dann auch wieder Unterorganisationen und so weiter. Seitens der Länder gibt es dann in der Regel die Innenministerien beziehungsweise Länderverfassungsschutze, die halt normalerweise den Innenministerium einfach angegliedert sind. Also insofern das Innenministerium eines jeweiligen Bundeslandes ist auch immer der Ansprechpartner, wenn es um das Thema Cybersicherheit geht. Genau. Und dann gibt es natürlich auch für Privatpersonen oder kleinere Unternehmen oder auch für größere Unternehmen der Datenschutzbeauftragte unter datenschutz-e-privacy.de und der Seminar. Also dein Unternehmen hilft natürlich auch in dem Kontext. Genau, wir sind auch selbst in dem Bereich mit tätig. Also wir bieten ja Tools und Tipps an. Unsere Tools sind zum Beispiel auch von Sicherheitsmechanismen aus alle entsprechend gesichert. Also wir haben die Serverstandorte in Deutschland, die sind praktisch gesichert in Rechenzentren, wo stellenweise in den Serverräumen selbst der Sauerstoffgehalt runtergeschraubt worden ist. Um halt eben Brände mehr zu finden, um das auch nicht so einfach einbrechbar zu machen. Ach so, ich darf damit da kein Hacker einfach so reingehen kann, ohne zu ersticken. Das auch. Wir machen auch mehrfach redundante Sicherungen tagtäglich. Wird einmal eine komplette Kopie von allem angefertigt, einfach für eben alle Fälle, falls doch mal was passieren kann. Da gab es auch 2021 einen Großbrand in Straßburg, wo dann wirklich das größte französische Rechenzentrum abgebrannt ist. Das hat auch Schlagzeilen gemacht. Das hatten wir auch berichtet bei uns in der Sendung. Und da versuchen wir natürlich schon mal für Sicherheit zu sorgen. Und ansonsten halt eben wirklich, dass wir halt einfach die Standorte in Europa versuchen, einfach zum Vorteil auszunutzen. Dann gibt es noch einige Verbände, denen man beitreten kann, die einen unterstützen. Das ist einmal die Allianz für Cybersicherheit. Da sind wir auch Mitglied. Ja. Und die BVMW, wofür steht das? Das ist der Bundesverband Mittelständische Wirtschaft. Und da gibt es die Kommission Internet und Digitales als so ein Organ von denen, die auch einen ganz guten Draht zur Politik beispielsweise haben, wenn es dann halt um das Weitergeben von Informationen geht. Also da vielleicht nur angemerkt, also ich bin selbst sowohl bei der Allianz für Cybersicherheit, wie auch beim BVMW-Mitglied. Also falls es da Bitten gibt oder Eingaben gibt, Leute, meldet euch. Ich leite das sehr, sehr gerne weiter. Wir können da nur zusammen für mehr Sicherheit sorgen online. Also unter onlinegeister.com findet ihr natürlich auch nochmal alle diese Hinweise in den Shownotes. Könnt uns da kontaktieren. Und findet eure weitere Infografiken und auch aktuelle Entwicklungen zum Thema der Sendung. Die gibt es auch monatlich im exklusiven Cyborg-Newton-Briefing unter onlinegeister.com slash Newsletter. Alle Songs aus der Radio-Folge verlinken wir in der Spotify-Playlist. Und ein Hinweis für unsere Podcast-Hörer noch. Onlinegeister wird unter einer Creative Commons CC bei ND-Lizenz veröffentlicht. Also liebt es, teilt es, seid kreativ damit. Aber bitte informiert uns im Vorfeld. Und dann verabschieden wir uns vom Thema. Und zum Abschluss da an dem Punkt noch eine Band, die auch sehr oft über und gegen Krieg gesungen hat. System of a Down, BYOB.